Ich bin am Hof selber seit 33 Jahren, habe da hergeheiratet. Es war jetzt nicht so mein Ziel Bäuerin zu werden, aber wo die Liebe hinfällt, ich komme auch von einem Bauernhof, wir haben auch Urlaubsgäste gehabt, also hat das eigentlich sehr, sehr gut gepasst. Gerade für die Gästekinder ist so ein Bauernhof, wenn die jedes Jahr zwei, drei Wochen auf Urlaub fahren im Sommer, das jahrelang, ist der Bauernhof ein Stück Heimat. Und das zieht sich jetzt als Erwachsene und mit den eigenen Kindern auch wieder her. Ich glaube, sonst kommt wirklich nur der Gast, der wirklich auf dem Bauernhof will. Das sieht man eben auch auf unserer Homepage. Wir sind ein richtiger Feuerwerbsbetrieb, also wir leben von unseren Milchküren und wir haben dort nur so nebenbei unsere Gäste. Und das ist auch sehr ersichtlich auf unserer Homepage. Und das ist auch die Gäste sehr, sehr wichtig, dass das wirklich ein lebender Bauernhof ist. Nicht, dass man einfach jetzt ein paar Kino hat, die so nebenher laufen, sondern wir sind wirklich, wir bewirtschaften den Hof voll, dass wir davon leben können. Und die Gäste schätzen irrsinnig, was für Arbeit hinter dem Produkt Milch eigentlich steht, bis ein Liter Milch einmal am Tisch steht. Also sagt fast jeder, das haben sie sich nie so vorgestellt, wie viel Arbeit eigentlich da dahinter steht. Und das war schon so, wie ich hergekommen bin. Da war halt auch immer der Opa, das war ja eigentlich oft für die Gäste so der wichtigste Ansprechpartner, weil der hat einfach die Geschichten von früher her erzählt, die was einfach jeden interessieren und hat halt auch mehr Zeit. Und also das ist ja nicht, das ist einfach ein Bauernhof immer so. Wirklich ein gutes Gelingen, ein Bauernhof kann nur sein, wenn mehrere Generationen zusammenarbeiten. Also da kann man das nicht trennen. Es ist auch eben durch das Internet dann gekommen, dass die Gäste von überall her kommen. Das ist einfach von wirklich überall, von Kapstadt bis Sydney bis Oklahoma. Also ich glaube Japan, alles haben wir schon gehabt. Und das ist auch total schön und wir kommen nicht nirgends hin, aber die Welt kommt zu uns. Bitteahl! Bitte! Weil, bei uns! Ich lese hier mit viel Zuhause! Aber es war ja bei miruced nicht!